hallo liebe freunde und willkommen hier zurück beim bus simulator 21 ja liebe freunde wir sind hier beim letzten mal stehen geblieben und wollten natürlich mal schauen inwieweit sich das ganze hier ausgeht und ob wir halbwegs pünktlich noch ankommen oder ob wir viel viel verspätung haben werden los geht's ja wir hängen schon ganz schön in der zeit werden 40 sekunden bezug das war sehr sehr gut lofe schneller dahinten junge wir haben schon verzog wir müssen mal ein bisschen hacke gas hier bin wie fahren die hier sieht ja auch keine kuhhaut wir müssen ein bisschen anhalten hier das war aber ja aber natürlich doch einmal absenken bitte erst die rampe was ist durch was ist die blöcke hier ah wir stehen genau an der ok moment ich fahr noch mal ein stück vor jetzt aber ja wir sind zu spät das tut mir ja furchtbar leid aber was soll's aber an sich eine halte spät ist zu spät erreicht aber der rest war sie braucht liebe freunde und das ist doch prima sehr schön das sieht doch gut aus ach so ja du möchtest eine fahrkarte ja doch so geht doch weiter normale fahrt bitte tage sticket und ausdrucken 2 46 bitte gerne und weiter geht's los 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 wir haben nicht viel zeit freunde das geht danke fürs beiseite gehen so 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 ich glaube wir haben jetzt die endhaltestelle erreicht sehr schön absenken eins zwei öffnen prima 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 wenn ich gestresst bin betrachte ich gerne die aussicht von der ich kann es kaum erwarten ich muss ja mal schauen schnell was wir hier fix machen ja ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen plan was wir gerade machen müssen erreiche einen zahltag auf route 2 ach so ich muss jetzt hier quasi weiterfahren cool 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 ah bis wir den zahltag haben ok okay ich gehe nie mehr zu fluss ich gehe nie mehr zu fluss ich gehe nie mehr zu fluss na auf jeden fall oh mi sag ich doch ich fahre mit so einem netten busfahrer wie micke habe ich eine gültige fahrkarte das weiß ich nicht wenn ich feststelle dass du gerne hast fliegst du raus da kennen wir ja nichts oh wir sind falsch gefahren ist aber nicht schlimm hier ist eine busspur grüße wir haben ja nämlich vorfahrt als bus ich bin vor ein paar jahren auf den berg gestiegen echt ich bin vor ein paar jahren auf den berg gestiegen dann nice wollen die aussicht war so glückwunsch dafür hier guck mal mal oh verzeihung ich muss hier mal etwas stärker bremsen uh das war aber knapp meine herren aber alles nochmal gut gegangen würde ich sagen so dann hoffen wir mal dass wir jetzt in der folge das ganze hier abschließen ich weiß auch gar nicht ob wir jetzt richtig fahren aber wir probieren es einfach mal das navi sagt ja so können wir fahren ich hoffe die nächste haltestelle kommt bald ich muss mal nein halt hier so wir wollen noch weiterfahren ist doch blödsinn was wir da wieder gemacht ach manchmal ja ja manchmal ich freue mich aufs nächste basketball spiel im stadion ist immer so eine gute stimme voila da der wird mir gerade schneiden ich glaube er wird hackt eines war so oh 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 ja laut fahrt man mich zu spät ich weiß äh ich bin hier eh ein bisschen ja wir müssen mal fix wenden danke oh wir haben schon zwei minuten verspätung das tut mir furchtbar leid liebe Freunde das tut mir furchtbar leid liebe Freunde das tut mir furchtbar leid liebe Freunde ja zu spät ich weiß ich weiß das tut mir furchtbar leid na super na super und nun reicht das eine karte 320 zurück 23 20 bitteschön der nächste danke schön auf wir müssen ein bisschen zeit rausholen los geht's und nicht gebummelt das wird nichts mehr wir sind viel viel zu spät liebe freunde was hat es in der kopf gemacht nicht anders mehr war nicht die rede dankeschön wunderbärchen ja mal wieder unsere busspur sehr cool und los jetzt aus los 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 schwarz gefahren das macht man doch nicht mehr sagen da war ja was tschuldigung dafür wir müssen los wir haben verspätung das müssen raus arbeiten das war das war sehr knapp prima 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 meine enkel spielt immer videos ja ja ein kleiner kohle früzi super so der obi ein paar hilfer 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 stehen sehr schön danke dir gedankt einmal aus einsteigen bitte der hallo grüße aber gerne doch was hat man denn eine normale fahrt und zwei bitteschön 122 50 60 gerne noch mal hier bei euch die hat man schon die hat man schon schön sind noch nicht viele leute im bus ok zu und los geht's wir müssen ein bisschen zeit rausholen die zeit drängelt ist das hier stressig jenny drive super wir reden über die nachschuldigsten sachen zahltag übersicht sehr schön wir reden über die nachschuldigsten sachen naja wird doch die türen zu und los hier kommen wir weg jetzt weiß ich nicht ob du eine fahrkarte gekauft ist junger rin tut es auch keine zeit jetzt hier um scheinwisch einzuschalten muss ein bisschen zeit rausholen dann hauen wir mal die v-fahrt weg hier sehr gut ja dann machen wir mal hier was ist hier vor hier hier eine fahrkarte bitte hey eine fahrkarte bitte So, liebe Freunde, das soll es erstmal wieder gewesen sein vom Bus-Simulator. Ach, ja doch, Bus-Simulator 21 und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt, wir spielen den Bus-Simulator. So, liebe Freunde, wir sehen uns jetzt wieder. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal.